Ich koche Kartoffeln für den Kartoffelsalat. Bitte kocht die Kartoffeln immer gleich nach dem Einkaufen, denn es gibt nichts Schlimmeres wie verfaulte Kartoffeln. Das geht jetzt zu dieser Jahreszeit sehr schnell. Deswegen kocht sie euch immer gleich ab und behaltet sie dann gekocht im Kühlschrank und ihr könnt sie verwerten, ohne dass sie kaputt gehen. Denn ich mache Kartoffelsalat und die Kartoffeln müssen bedeckt sein mit Wasser. Nicht zu viel Wasser nehmen, sonst habt ihr es viel länger, bis es fertig ist. Top voll und gerade, dass es bedeckt ist mit Wasser. Und circa eine Dreiviertelstunde, denke ich, halbe Stunde, Dreiviertelstunde kochen lassen. Und ich zeige euch dann nachher, wie ich den Kartoffelsalat mache. Ciao!